guck guck da ist sie wieder herzlich willkommen zurück bei jackzock gothic 3 mit erweiterung 3 dann ist jetzt mal hier angefangen hier ein paar unterzuschnitzeln und da oben bei den mumien bin ich ziemlich ausgeflippt ich immer so gerne ausflippe wenn nicht alles sofort klappt wie ich das will machen wir mal weiter aber bevor wir hier weitergehen gehen wir unten in die stadt rein heute wird der jack ben sala betreten wo gehst du rein ja ja hier jack in ben sala ja hatte ich eigentlich in check in ben era gemacht keine ahnung was willst du bist du gekommen um hier zu plündern da kommst du zu spät was ist los seit die untoten da sind treiben sich plündere in der gegend herum also was willst du ich bin hier um gegen die untoten zu kämpfen wenn das war ist bist du ein mutiger mann du eine waffe brauchst lass es mich wissen und sprich mit darrow wenn einer den überblick hat dann er kann ich dir helfen dieses kleine problem mit den untoten hat unsere arbeit zum erliegen gebracht die meisten schmiede sind tot und ich brauche mehr stahl stahl also ja die lieferungen aus den stollen du willst helfen dann bring mir sechs kisten stahl aus den stollen okay in dem ist erstmal ganz gemütlich wieder die quest und wir machen das wieder ganz gemütlich hier ja bist du auch überfallen worden naja nein ich bin überfallen worden ach was aber ich konnte mich in die stadt retten das sehe ich was hast du jetzt vor ich bleibe hier ich habe bereits mit julio gesprochen er sagte ich kann bleiben können wir handeln ich bin nun tröstlich vater der geschäfte aber diese plündernden nomaden haben mich ausgeraubt und dann waren da plötzlich diese untoten es war schrecklich sie haben alle gekämpft und da bin ich schnell abgehauen kommt zur sache wenn du ein tapferer mann bist dann bringen wir meine waren zurück gut was sind das für waren es sind acht kisten ich glaube ich habe meinen namen darauf geschrieben sie haben mich vor der stadt auf dem weg überfallen jetzt bleibt man ganz friedlich so wer ist der nächste so stollen ähm 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 kisten auch hier geht es rund mal ey visier doch mal das gelett an mensch du blöd mann ich will euch hier helfen nimm die waffe weg ich werde keinen feigen mora geben du blöde sau ich werde wieder so eine mumien dabei die mich mit fäustschlägen hier fertig machen die sind nämlich richtig scheiße hier die haben knüppel in der hand ja bei Ja, ja. So weit, warte mal, warte mal, raus hier. Der stand zudem nicht da, ich habe den nicht gekriegt. Rüstung verbessern, habe ich heute gelesen, soll ich lang gehen. Den Weg werde ich auf jeden Fall machen, wenn ich wieder Lampunkte habe. So ein Knochengerippe wurde auch hier noch. Habe ich überhaupt Lampunkte? Nö. Aber wie viel brauche ich noch? Äh, ja. Schwere Kiste. Ähm, schwere Kiste. Na ja. War das jetzt, ist ja der Stollen hier. Ja, Knüppel, was will ich mit dem ganzen Scheiß? Zu Gold machen, ich weiß. Knüppel. 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 Hier war doch noch ein Skelett übrig. Sonst soll ich mich da geirrt haben. Oder so gibt es bloß drei Kisten. War das jetzt die Quest-Rot vorne für den einen? Was ist denn, nur nimm den doch mal aus. Kann ja wohl nicht so schwer sehen. Oh, die Schwerter, woher komm ich hin? Ja, komm. Pfeil, Knüppel. Ja. Gehen wir wieder hier runter. Heiltrank. Habe ich überhaupt die ganzen Heiltränke her? Ich glaube nicht, dass ich die gekauft habe. Brauchst du das hier? Ja. Hier ist Stahl für dich. Ausgezeichnet. Die Arbeit kann weitergehen. Und bring mir noch mehr. Super. Ja, halt doch mal die Fresse, Mann. Alter, was habt ihr ihr für einen Schiss? Ja, ja, berechtigterweise. Aber, es wird richtig, aber. Sechs Kisten Stahl. Ein kleines Problem. Aus den Stollen. Da sind es wirklich zwei. Das ist eine zweite Stollen. Hier hinten, den hatten wir. Wo ist eine andere? Wo war der andere Stollen? Ah! Da hat man so eine fette Errüstung, eine fette Axt. Und was macht man davon gar nichts, langsam hier bei den Dingern. Doppel. 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 doch noch die einzeltaktik hier machen da kommt noch mal vorher die dürfen mich nicht unbedingt umzingeln der trick dabei ja ich weiß jawohl dann schlag doch mal zurück mensch es geht schon wieder los komm her dinge halten aber ganz schön was er hätte ich nicht gedacht schleichen sie an wie die snapper aus den ersten band gothics es redet sich immer alles einfacher als es am ende ist alter schweiler hier ist was los warte mal das fällt rollen wir hier von unten auf oder ist das so eine mumie ne der hat einen stock dabei der block mit einem ast meine fette axt ja ich glaub ist ja wohl dass wir erstmal in ruhe speichern hier die schießen die schießen die nicht mit irgendeiner scheiße jetzt wieder der höhenunterschied ja 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 und das macht dann so hier die beiden da drin sind auch noch welche dass ich mir schneller umdrehen würde müssen wir die ganzen knüppel hier dann aufsammeln wie viel gold habe ich eigentlich ja ja die rüstung war teuer ich könnte auch rüstung verkaufen wieder auch da ist ja noch jemand drin das ist Mist das ist scheiße lenkt die ab für mich dann geht das die stollen ja 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 visiert natürlich wieder den kumpel jahren jetzt mit dir jetzt hat er sich so durch die wand gebackt und der hier rennt dem natürlich hinterher was machst du hier was glaubst du ich verstecke mich es ist so schlimm sie sie sind alle tot und auch wieder nicht sie starben aber sie standen vor meinen augen wieder auf ja verdammte untote ich bitte dich bring mich weg von hier es wirst erwarten knüppel die biester geben einfach keine ruhe ja jetzt warte doch mal ach mensch karl was soll das lass mich doch wenigstens mal in ruhe die hölle hier plündern mensch da ist er wieder ja komm dich wird niemand vermissen ja dich auch nicht spasern ja hier rein ab in den stollen geht es ja noch weiter nö so die kisten wo sind die kisten oder der die einstecken sicher mit sicherheit hier hinten eins zwei okay wir hacken wir hacken wir hacken wir hacken den ganzen tag da ist nichts zu holen da ist nichts zu holen du sollst du auch diesen blöden pilze mitnehmen wo ist der letzte kiste ich habe gerade vier stunden stream hinter mir heute ist montag heute war mein erster gta stream und war eigentlich relativ entspannt sag ich mal wohl lustig hat mir gefallen hm fehlt noch eine kiste wo ist die äh barbeln machst du mal mit dem hier komm mach das maul auf weißt du irgendwas über kisten mit stahl bevor die untoten kamen waren ein paar räuber im stollen sie haben ein paar der kisten weggeschleppt aber eine konnte ich retten hier nimm du sie dankeschön wo willst du denn hin zurück nach benzala enzo wird meine hilfe brauchen falls er noch lebt gut ich bring dich zu enzo ich danke dir hey ja entschuldigung ich bring dich weg gut na komm mal mit ich mache jetzt einfach nicht den sklaven wieder hier in die knechtschaft zurück zu bringen ich habe das jetzt mal sklaven laufen lassen aus tiefster überzeugung signieren ach nix na komm hier vorne rum und die maure drum rum zu gehen da bist du da wieder zu doof dafür ja into what a stay yo ich habe den stahl den du wolltest danke das ist ein gutes zeichen jetzt geht es wieder aufwärts hier nimm dies als zeichen meines dankes naja jo ich habe dir jemanden mitgebracht mein treuer diener miguel ausgezeichnet ich danke dir und verzeih mir mein anfängliches misstrauen vater der gerechten du hast mir sehr geholfen ich bin vater von 200 kindern ich habe mich durchs ganze land gefügelt äh ja schmieden bring mir grüß dazu bist du noch nicht bereit 38 schmiedekunst alter da gehst du fest äh was machen mit dir jetzt sind nicht in Ordnung Benzala 25 an sich Plündergut wir reden doch mal hier mit den ganzen Typen Elite Krieger Krieger gibt es denn eine Arena Krieger Dollar Krieger Ficken äh auch nicht dich was machst du hier ich brachte Geschenke für die Assassinen Rowling aus Erz Rowling aus den Feuern Nordmars dafür soll ich ein Artefakt aus dem Tempel bekommen aber es wurde gestohlen der Stohle von dummen gierigen Morras ich bin ein dummer gieriger Morrer also halt die Schnäuze ja was hast du jetzt vor was glaubst du wohl Morrer wir passen auf die Stadt auf ihr auf die Stadt aufpassen wo ist der Tempel im Süden dort wo die toten Morras herkommen hilf mir die Untoten zu besiegen Morras wie du sind schuld an dem was geschieht ich traue dir nicht ihr plündert was ihr könnt und dann haut ihr ab ihr habt keine Ehre tja ihr habt keine Ehre wenn ihr auf ihr von Xardas ihren Arsch pulieren lasst ja was kann ich tun damit du mir vertraust ich vertraue nur Daro er ist ein guter Kämpfer er hat Ehre wenn er dir vertraut dann gehe ich mit dir zum Tempel na gut dass ihr mir keine Ehre zusprecht nachdem ich ja auf Korinus ein halbes Volk ausgelöscht habe ich meine das kann ich irgendwo schon nachvollziehen ja ich spreche mit Daro ja das braucht ihr dann erst die 75 hier das wir dafür hier warte mal wo ist der Kerl der war hier hinten Daro was treibt dich an diesen verfluchten Ort hier sind keine wie ist die Situation die meisten Kämpfer dieser Stadt sind mit allen der feige Rest hat sich aus dem Staub gemacht was ist mit dir ich komme aus Ben Ere als wir erfahren haben was hier los ist sind wir her geeilt und was hast du vor es gab bereits genug Tote ich werde das Leben meiner Männer nicht für einen Angriff aufs Spiel setzen wir schützen die Stadt solange wir können das ist unsere Aufgabe ach immer deine Aufgaben was kann ich tun ich habe ein paar Männer den Berg hinauf geschickt sie kamen nicht zurück gehe und sie nach ob noch jemand lebt über die Stollen sind sie auch hergefallen die Sklaven hatten keine Chance also bereite dich vor damit du eine Chance hast wenn ich dir noch etwas zeigen kann lass es mich wissen hm wo der nächste Puff ist die Stollen sind wieder frei gut wir schulden dir Dank Vater des Mutes das wollte ich hören ich werde mir mal den Berg vornehmen dann sei vorsichtig Sohn des Mutes und achte auf meine Speer gerade war ich noch der Vater des Mutes entscheide dich mal äh was ist mit dem Tempel dort hat das Unglück begonnen dort liegt der Ursprung des Bösen aber niemand der klar bei Verstand ist wird sich dort hineinwagen wenn wir hier für Ruhe sorgen wollen müssen wir auch den Tempel angreifen du hast recht gut du wirst nicht allein zum Tempel gehen aber erst wenn die Umgebung sicher ist man soll großartig die Tempel öffnen die sind aber nach oben offen naja zum Glück dass niemand mehr Leitern benutzt ja ach nee was mach ich denn ich hab doch hier meinen Sprecher an ja jetzt reden wir erstmal mit dem ja da in dem Kleider der da was Julio da bezahlt man jahrelang Tribut an Suben und was ist ein paar Kerle die sich für ganz schlau halten öffnen den großen Tempel die öffnen den großen Tempel und beschwören damit Belyas Zorn über uns alle herauf jetzt kann ich bis an mein Lebensende Tribut zahlen um aus dieser Scheiße wieder raus zu kommen verzei bei der Aufgebrachtheit Sohn des Mutes aber diese Sache nimmt mich ziemlich mit das ist mir gerade aufgefallen du kannst auch gar mit mir den Tribut zahlen ja was ist hier eigentlich genau passiert Basir war es dieser Sohn eines Diebes hat den Tempel geöffnet einfach so er hatte fünf Schlüssel nur Belyar weiß wo er die aufgetrieben hat er wollte das göttliche Artefakt und versprach den Männern Schätze in ihren Augen funkelte die Gier aber am Ende hat Basir sie alle betrogen äh erzähl mehr von Basir er zahlt einen hohen Preis für das göttliche Artefakt alle die den Tempel betraten sind tot er selbst ist auf und davon doch sein Geschäft ist noch nicht abgeschlossen Belyar ist zornig du meinst ja Basir hat den Tod verdient wo ist denn der Karl wo war der wie kann ich helfen hört euch das an er schlägt sich zu uns durch und fragt wie er helfen kann das ist der Mutter des Mannes der keine Gefahr fürchtet so spricht ein wahrer Held schon gut kommt zur Sache ich bitte dich rette meine Stadt erschlage die Untoten du was immer notwendig ist und befreie uns von diesem Fluch na schön und sprich mit Daro er wird dir bestimmt mehr sagen können aber da ist noch eine wichtige Sache ein Geschäft das mir anvertraut worden ist ja mit anderen Geschäften erzähl mir von diesem Geschäft wir haben zehn Erzrollinge bekommen eine Lieferung von den Orks sie waren eigentlich für Ishtar bestimmt doch sie sind gestohlen worden aber ich weiß wer der Dieb ist und ich will dass er für sein schändliches Tun bestraft wird er soll unter Innos hängendem Fluch verdursten die Geier sollen ihm die Augen heraushacken ja ja schon klar ich mach das wer ist der Kerl? so gut einer unserer eigenen Männer dieser Verräter soll Belias rasender Zorn in der Eilen naja weißt du wo es so gut stecken könnte? er hat die Stadt Richtung Ben Erii verlassen und er war nicht allein er war nicht allein? da war noch ein anderer Kerl bei ihm aber ich konnte nicht erkennen wer es war aber wenn du ihn findest dann lass ihn auch für seinen Fehler bezahlen erstmal muss ich ihn finden naja was ist mit den Erzrollingen? wenn du sie findest nehm sie an dich bewahre sie auf und bring sie nach Ishtar Ishtar kann mich auch mal guck mal war hier auch noch einer drin wie lange ist das eigentlich da ich gerade ein Bettchen sehe wir gehen erstmal den Berg hoch der Berg ruft kennt das noch jemand? hier den Berg hoch oder was? hier mit unseren verdammten Untoten jedes Mal Untote da sind sie doch äh komm her wenn die nicht gerade hier eine Kringel um mich machen dann sind die eigentlich auch kein wirkliches Problem sag ich mal da komm da komm wie weitläufig war der Berg hier eigentlich? wir können erstmal warten bis die Ausdauer wieder da ist dann können wir mal mit dem Drehschlag reingehen ich habe mir doch schon Ausdauer gewähren lassen alter Schwede da oben 3 sollten gehen 3 sollten gehen 3 sollten gehen jetzt wirst du dich nur treffen lassen von denen was? mal schon ich höre doch was hier unten hm was ist das wirst du hier oben na das sind ein bisschen viele auf einmal mal ja komm ja 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 jawoll ja das ist ja wohl nicht mal alle ne 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 das ist mir ist mir so fett hier auch komm vorab das ist ausdauer warten wie viel schaffen wir jetzt noch in der folge ne 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 hm hm Immer ganz gemütlich sage ich da nur Aber nicht wahr Scheiße Die Ruine Das war aber nicht der Berg oder? Und wie wir die Quest abgeben erfahren wir es schon in der nächsten Folge Damit gespeichert verabschau ich mich bedanke mich fürs zusehen ich hoffe es hat euch gefallen Damit auf Wiedersehen